Und wir drehen mal hier eine Runde an. Los! Komm schon zeig uns den Kröterich. Der Kröterich. Der Kröterich. Der Kröterich. Weißt jetzt. Übeln nochmal. Ohne mit der Wimper zu zucken hier. 60 Euro weg. Einmal nix. Ach ne guck auf 40. Ich fahrsit ja nicht. 880 Euro. Es kommt noch ein Stückchen. Wer will er nicht? Wer denn nicht? Und heute mal eine Runde Chip Runner. Es kommt noch ein Stückchen. guck an 120 sehr hübsch und jetzt noch der chipchance hinterher Ja! Ah! Reicht ihm schon wieder oder was? So, da ist unser Gewinn schon wieder. Flöten hierher. Dann nehmen wir die noch mit. Und mal eine Runde Bücher. Ramses Book. Zwei Euro Einsatz. Schauen wir, was er hier für uns hat. Aha! Okay. Oh! Nicht schlecht, er spricht. So, es kommt Nummer vier oder so. Fünfer? Verlängerung. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018 Und eins haben wir noch. Nummer 20. Kommt nix mehr dazu. Dann bleibt es bei 202. Die nehmen wir. Und wir drehen heute mal hier eine Runde. Mal gucken, ob welche vorbeikommen. Wir drehen heute mal hier. So eine klinge Kran. Leider kannst du ja auch voll vergessen. So es kommt, wir hier müssen noch drinne sind. Keine da. So dann schauen wir mal weiter. Und hier mal 10 Freispiele. Mal schauen, was es schön gibt. Vier Stück. Mehr hat er nicht für uns. 42 Euro. Ach komm, wir haben mal eine Leiter. Ein bisschen was rotet. Schade. Und heute schauen wir mal, ob wir eine kleine Kappe ergattern können. Los. Aha. Ja. Schwellen gehabt. Und da macht er den Laden zu. 19,40 Euro. Dann versuchen wir mal auf 2 Euro. Ein bisschen was nicht. Ja. Dann gehen wir mal auf 3 Euro. Und dann gehen wir mal auf 4 Euro. Und dann gehen wir mal auf 5 Euro. Und dann gehen wir mal auf 4 Euro. Oh, Lucky Kippchen mit drinne hier. Boah, knallt das weg, ist die Fauten angekommen, einmal nix. Und heute mal wurden die Lord of the Ocean 6, 2 Euro Einsatz, aber die haben das schöne Zeit, die Tour, naja, muss er nur noch dabei sein. Oh, das packt ruhig ein paar in hier. Okay, nur mit bei, wieder nur zwei. Hm, schade. Zarte 28, na super. Und heute mal hier 10 Freispiele, wir nehmen, was nehmen wir denn mal, wir nehmen mal K. Ach. Vier. Und die Nummer 10. Bleibt dabei. Und mal ne Runde Wuck auf Rar 6. Das war doch mal spannend wie ein Flitzebogen. Einer. Oh, darf man mal ein Vollbild, das wird schon. Mensch, ich hab hier da voll. Da fehlt ja alle Hand. Oh, das sieht schon besser aus. Und die Nummer 10. Und die Nummer 10. Die Nummer 10. Und die Nummer 10. Oh! Und die Nummer 10, bleibt dabei! Und heute schauen wir mal hier in eine Runde rein, Sonnenkäfer, mal gucken ob wir ein paar kriegen. Los! Den brauchen wir nicht, den ollen Hesslern da. Ah, davon nehmen wir ein paar. So nicht. Okay. Da hüpft ein bisschen hoch. So, jetzt war mal gespannt wie voller uns aufdeckt hier. Okay. So, jetzt noch ein bisschen. We'll see you now. So. 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 Du weißt ja doch schon, wo da alles ist. Klasse! Und hier haben wir ein paar Bücher. Ein Euro Spieleinsatz. Warte mal gespannt. Ein Tag. Komm, wir nehmen auf Ganfus. Knapp da nehmen. 72